Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, finde ich zwei interessante Themen. Eines ist Bremont. Bremont, da sprechen alle möglichen Leute derzeit drüber. Es wird in den YouTube-Kanälen drüber gesprochen, in den WhatsApp-Gruppen, in den verschiedenen Foren. Die neue Richtung von Bremont spaltet wirklich die Uhren-Gemeinde. Und da wollten wir ein bisschen drüber reden. Also ich zumindest will ein bisschen drüber reden und das ein bisschen ergründen. Bremont hatte ja so eine interessante Historie. Sind ein britischer Uhrenhersteller, die seit 2004, auf jeden Fall seit fast 20 Jahren durch die Gegend tingeln und versuchen, die Uhrmacherkunst wieder zurück nach Großbritannien zu holen. Die machten in ihren besten Jahren bis zu 28 Millionen Pfund Umsatz. Das ist jetzt auf, wenn man sich die großen Uhrenhersteller anschaut, nicht sonderlich viel. Ist keine besonders große Uhrenmarke in dem Sinne. Aber Bremont hatte halt immer diesen britischen Touch. Die haben halt sehr tolle Gehäuse hergestellt. Die haben meistens sehr gute Schweizer Uhrwerke eingekauft und die dann halt ein bisschen abgeändert. Hatten also ihre Kontroversen, was man jetzt ein Inhouse nennt und was für ein wirklich Inhouse war. Da gab es die ein oder zwei Bubus, die kleinen Missgeschicke, würde ich jetzt mal sagen. Oder andere würden sagen bewusst gelogen. Ja, also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so leicht positiv. Auf jeden Fall haben die letztendlich es geschafft, ein Uhrwerk herzustellen in den Vereinigten Königreich in England, in Nähe von London. Deswegen schreiben sie auch London auf ihre Uhren. Sind da im Großraum London, nicht direkt in London. Aber na gut, sei es drum. Die haben hier das große Hauptquartier im The Wing. Der Flügel, das ist ein sehr interessant geformtes Gebäude, wo die Produktion stattfindet und das Hauptquartier der Marke ist. Und dreimal kann man raten, wie es aussieht. Es sieht aus wie ein Flügel. Naja, auf jeden Fall ist ja da die Nähe zur Luftfahrt und Aeronautik ja bekannt bei Bremont. Es gibt ja diese Origin-Story, dass die beiden Brüder Nick und Gilles, Englisch, mit ihrem Kleinflieger über den französischen Landereien irgendwo abgestürzt sind. Und zwar in dem Feld von einem Herrn Mr. Bremont gelandet sind. Oder Bremont. Und deswegen haben sie ihre Uhrenmarke, weil er sie so nett behandelt hat. Und ja, die haben das Flugzeug da crashgelandet und sind dann von ihm dann aufgenommen worden nach ihrem Unglück. Und der sagte, deswegen nennen sie diese Uhrenmarke für ihn, für diesen Farmer, diesen Bauern, der sie da aufgenommen hat, halt Bremont. Ob das jetzt alles so stimmt? Wer weiß es. Auf jeden Fall, wie gesagt, hatten sie ihre eigenen Kontroversen, aber sie hatten eine relativ erfolgreiche, in Anführungszeichen, Uhrenmarke auf den Weg gebracht. Haben die Geld gemacht? Haben die Profit gemacht mit dieser Uhrenmarke? Nein. Anscheinend war da eine reiche griechische Familie dahinter, denen auch VolliFolli gehörte und andere Juweliersachen. Da ist immer Geld verloren gegangen bei Bremont. Man hat, glaube ich, nur ein oder zweimal in der Geschichte ein bisschen Profit gemacht. Ansonsten wurde da immer Verluste gemacht mit verschiedenen Hintergründen. Man hatte ja auch zum Teil halt eine Formel-1-Sponsorship. Dann hatten wir da eine Zeit lang, fragt man sich auch, wie ja, wahnsinnig sinnvoll das war. Aber na gut, man hat viele Sachen versucht. Auf jeden Fall hat dann jetzt letztendlich ein sogenannter Herr Bill Ackmann dann es auf sich genommen und 55 Millionen Pfund oder sowas investiert. Der Bill Ackmann ist ein Milliardär aus den USA, der auch einen Investmentfond betreibt und dort halt in Firmen investiert. Das ist allerdings sein privates Investment und nicht über seinen Pfund gelaufen. Mal sehen. Also er hat dann wohl anscheinend gesagt, ich will, dass sich die Richtung ändert. Wir wollen Bremont quasi in eine zweite Breitling-Marke umwandeln. Wir wollen da also mehr Profitabilität rausholen. Breitling hat ja zum ersten Mal, glaube ich, drei Milliarden Umsatz überstiegen im ersten Mal in seiner Geschichte. Also denen geht es sehr, sehr gut. Und letztendlich wollen sie diese Erfolgsgeschichte von Breitling nochmal neu erzählen mit Bremont als englische Firma. Prima. Ich wünsche ihnen viel Glück. Und dafür hat er dann also mehr oder weniger die beiden Gründer der Firma, also Nick und Gilles English. Die sind jetzt irgendwo noch im Beratungs- oder im Vorstand noch irgendwo vertreten mit einer Minderheitsbeteiligung, bla bla bla. Aber wirklich die Entscheidungshoheit hat jetzt Davide Cerato. Er ist jetzt der CEO der Company und der hat vorher bei Tudor die Black Bay-Linie wieder neu ins Leben gerufen. Er hat damit also Tudor komplett neu belebt. Er hat bei Montblanc als CEO für die Uhrenabteilung gearbeitet und dort halt die Geosphere, Geoscope, irgendwie diese neuen Uhren und Montblanc-Uhren ein bisschen revamped. Der war bei HYT und auch bei Panerai hat er eine Zeit lang gearbeitet. Ich glaube, vor Tudor sogar. Das heißt, er hat große Erfahrungen, hat auch einige gute Sachen, also viele gute Sachen gemacht, viele Sachen, die vielleicht ein bisschen grenzwertig waren. Aber also bei Montblanc weiß ich nicht, wie gut es da aussah mit der finanziellen Aussicht, die man da hatte vor und nach seiner Zeit. Keine Ahnung. Aber er hat interessante Modelle auf den Markt gebracht, die eigentlich auch bei vielen Sammlern relativ beliebt waren. Also in der Minerva-Reihe als auch in der normalen Standard Montblanc-Uhrenreihe. Also sei es dahin gekommen. Auf jeden Fall hat jetzt der Davide Cerato zum ersten Mal neue Uhren vorgestellt, wirklich. Also eine große neue Produktlinie vorgestellt und zwar eine aufgefrischte Supermarine-Taucheruhren-Linie oder Kollektion und eine komplett neue Kollektion, eine Felduhr und zwar eine Militäruhr und das ist eine Terra Nova, heißt die Kollektion. Sehr interessant, hat so eine Kissenform. Die gibt es in verschiedenen Versionen über die gesamte Reihe. Keine Inhouse-Uhrwerke. Oh, das wollte ich noch sagen, Inhouse-Uhrwerke. Man hat die Inhouse-Uhrwerke jetzt wirklich, werden also jetzt in England hergestellt, die meisten Teile dieser Uhrwerke. Man hat die lizenziert von THE. Das ist eine Firma, die zu Orange gehört, quasi die technische, technologische Technologiefirma von der Orange-Uhrenfirma. Die lizenzieren auch ihre Uhrwerke an andere und haben dann also denen auch geholfen, die Produktion aufzuziehen in England. Ja, also es ist nicht Inhouse-Designed, das Uhrwerk, aber es wird Inhouse-Produziert. Also sei es drum. Naja, auf jeden Fall die neue Terra Nova und Super Marine Uhren-Kollektion ist ziemlich gefällig, finde ich persönlich. Ich mag besonders die ganz, die Basisversion der Terra Nova sehr, sehr gut. Das ist die zwei Zeiger, noch nicht mal Sekunden. Kissenform hat diese Super Luminowa wie Keramikblöcke als Indizes. Die Ziffern leicht leuchten also komplett und sind halt dreidimensional. Sie sind ziemlich cool, finde ich. Dann gibt es die Terra Nova noch als, ja, mit Datum und Sekundenzeiger. Dann gibt es die mit Gangreserve. Dann gibt es die mit Chronograph und so weiter und so weiter. Die anderen Modelle in dieser Reihe, in dieser Kollektion finde ich nicht so gut. Die haben irgendwie eine Kompass-Bezel, Kompass-Lunette. Finde ich sinnlos, ganz ehrlich, aber na gut. Ich finde die normalen gut. Beide, Super Marine und Terra Nova, sind aus 904L-Stahl gemacht, also wie Rolex und sind sehr viel günstiger als die normalen Uhren von Bremont bisher waren. Das heißt also, die fangen in einem günstigeren Bereich an. Das ist sehr nett. Die haben alle Eta- oder Selita-basierte Werke drin in einem hohen Grad, die ein bisschen verändert worden sind. Was die da machen, weiß ich nicht. Die meisten Gehäuserückseiten sind alle verschlossen, dieser beiden Kollektionen. Das heißt, man sieht das Uhrwerk nicht. Ist ja auch nicht so wahnsinnig wichtig bei diesen Eta-Werken, aber es sind gute, zuverlässige Uhrwerke. Damit kann man dann, glaube ich, auch leben, vor allem für den Preis. Das ist ja so ein vergleichbarer Preis wie Einstiegslevel von Breitling oder Sonstigen, wo man bei Breitling auch nichts anderes bekommt als zugekaufte Uhrwerke. Also, okay, nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall haben die jetzt auch ein neues Logo und neue Schriftarten und diese ganzen Sachen und die sind ein bisschen, sagen wir mal, grenzwertig. Das Logo ist so eine Kompassrose, wo ich sagen muss, ja, die sieht auf der Krone fast eins zu eins so aus wie die Kompassrose auf der Alpine Eagle von Schobar. Ist schon ein bisschen komisch, wenn man das so sieht. Dann die Schriftart von Bremont finde ich selber okay. Ich finde das Logo und den Schriftzug Bremont vielleicht auf manchen der Uhren neue Entwürfe ein bisschen zu groß. Hat so ein bisschen diesen Micro-Brand-Effekt irgendwie, finde ich, der jetzt nicht ganz so elegant ist, wie man das von Bremont gewohnt war, finde ich. Ich selber habe auch eine Bremont. Die Martin Baker 3, die habe ich damals vor ein paar, fünf, sechs Jahren gekauft und zwar gebraucht. Das ist eine chronometer-spezifische, schlubb, schlubb, schlubb. Die hat ein kostgezertifiziertes Uhrwerk und ist, ja, eine GMT. Das ist die Martin Baker 3 mit dem bronzenen Barrel, mit dem Triptych Case. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Uhr. Klar, man hat also eine geringere Gangreserve, 42 Stunden. Aber sehr, sehr genau geht die Uhr. Die geht immer noch, obwohl sie jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist, fünf, sechs Jahre alt ist. Hat noch keinen Service gesehen. Geht immer noch absolut präzise. Ich glaube, ein oder zwei Sekunden schnell. Kann man sich nicht beschweren. Und hat noch nicht einen einzigen Kratzer. Und ich habe mit der halt, das war so meine Reiseuhr quasi, mit der bin ich überall hin, weil kein Mensch kennt Bremont. Da habe ich nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Diebstahl oder sonstigen Sachen. Und die hat mich überall hin begleitet in die abstrusesten Gegenden der Welt und teilweise auch interessante Abenteuer. Hat alles mit durchgemacht und nicht einen einzigen Kratzer, obwohl sie einiges erlebt hat, diese Uhr. Das heißt also, gute Qualität ist das speziell gehärtete Stahl, den sie benutzt haben für das, diese Triptik-Gehäuse. Das heißt also, eine bestimmte Härte, ja, weiß ich nicht, was sie da macht haben. Also eine Oberflächenhärtung haben sie durchgeführt, so ähnlich wie bei Sinn. Und die scheint wirklich sehr, sehr gut zu wirken, weil es ist, ja, bisher noch keine Probleme mit dieser Uhr. Keine Kratzer dran. Ja, also meine Meinung zu den neuen Kollektionen, die sind sehr, also ich finde sie für den normalen Nutzer sehr gefällig. Für jemand, der Bremont vorher nicht kannte, ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Es sieht sehr viel moderner aus. Es hat natürlich so ein bisschen die Kopie mit diesem Land, Luft und Wassersport oder diesen drei Säulen, auf die diese Kollektionen aufgebaut sind. So ein bisschen das Geschmäckchen von, ja, von dem, von Breitling, die das ja auch schon so aufgezogen haben. Ja, was will man da sagen? Ich denke, man muss ihnen ein bisschen Zeit geben. Das ist der erste Wurf. Natürlich muss der neue CEO ein bisschen auch sich seine Marke, seine eigene, nicht seine Marke eigentlich nicht, aber er muss so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken, sagen, hier, guck mal, ich mache was, ich tue was, wir ändern uns. Denn das war ja, glaube ich, auch die Aufgabe an ihm. Das erste, eines der Performance Indicators, bringen die Verkäufe hoch, Profitmarge in die richtige Richtung und dass wir auf jeden Fall keine Verluste mehr machen. Und damit muss man verkaufen. Natürlich, wenn man günstigere Uhren jetzt verkauft, also für einen günstigeren Verkaufspreis, muss man irgendwo die Profitmarge erhöhen, damit man mit der gleichen Anzahl an Uhren natürlich irgendwo trotzdem auch Gewinn macht oder halt günstiger herstellen. Ich denke, der Davide, wie gesagt, gebt ihm ein bisschen Zeit, lasst ihn mal machen, mal gucken, was passiert. Die alten Uhren, die alten Designs werden weiterhin verkauft. Das ist ein bisschen konfus, glaube ich, für die Kunden. Die sehen also Bremond mit zwei verschiedenen Schriftzügen, mit zwei verschiedenen Logos. Das kann ein bisschen komisch sein, aber so ist das halt derzeit. Breitling hat das eine lange Zeit ja ebenso gemacht mit dem verschiedenen, mit dem geschwungenen B-Logo und den Wings, also den Flügel, dem geflügelten Logo, wobei man das jetzt ja komplett ausfasst. Also das heißt, da gibt es wahrscheinlich bald überhaupt keine mehr mit dem geschwungenen, mit dem Flügel-Logo. So, noch die professionelle Reihe, die Professional Line hat das noch, aber wer weiß, wie lange noch. Die Avenger Line hat das jetzt gerade verloren, das schöne Flügel-Logo. Finde ich schade, aber na gut. Man vereinheitlicht halt alles. Aber wie dem auch sei, Bremond hat halt eine große Aufgabe vor sich. Mal sehen, wie sie es schaffen. Wie gesagt, 28 Millionen Pfund, glaube ich, war das toll, umsatzstärkste Jahr. Auch da haben sie keinen Gewinn gemacht. Ist keine große Firma in irgendwelchem Maßstab, obwohl wir sie nie als Micro-Brand bezeichnet haben. Eigentlich ist es eine, quasi. Aber na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sie weitermachen. Ich wünsche ihnen Glück und Erfolg und ich hoffe, dass sie den finden. Sie stellen auch einige Damenuhren her. Und damit habe ich das Segway gefunden in mein zweites Thema, Damenuhren. Bremond hat eine erschreckende Anzahl an verschiedenen Damenuhren. Das wusste ich gar nicht, habe ich aber für diese Folge ein bisschen nachgeschaut und gesehen, die haben eine Menge von diesen Damenuhren im Programm. Und die haben damals ja auch viele dieser Uhren gemacht, die ja ein Stück Säge, keine Ahnung, ein Stück Plane von einem alten Flugzeug oder irgendwas hatten. Und die haben jetzt immer noch eine auf ihrer Webseite, wo sie ein Stück des Veneers von Stephen Hawking's Schreibtisch im Rotor haben. So ein kleines Stückchen Holz oder Holzbeschichtung, das dann im Rotor ist. Und da gibt es, glaube ich, 88 Stück von diesem Modell, auch für Damen, die dann ein Stück von Stephen Hawking's Original-Schreibtisch in ihrer Uhr haben. Ja, wer es braucht. Ich glaube, das waren einige dieser Sachen, die mir persönlich bei Bremond immer so ein bisschen, wo ich aufgestoßen bin und ich gedacht habe, damals mit diesem Roman Jerome, um die Uhrmarke, die dann immer die Titanic, Teile der Titanic in den Uhren hatte oder Teile von Mondstaub und keine Ahnung was, das war alles ein bisschen gimmicky, fand ich. Ich fand das irgendwie ein, ja, weiß ich nicht, das war nicht so mein Fall. Das ist für mich völlig sinnlos. Aber da jetzt, naja gut, deswegen, ich denke, da ist der frische Wind ja auch ganz okay, dass man von diesem Zeugs halt weg ist und sagt, okay, da ist jetzt kein Stück von irgendeinem Segeltuch, von irgendeinem Flugzeug, das, weiß ich nicht, wie alt war oder keine Ahnung, wo geflogen ist, eine Spitfire vom Zweiten Weltkrieg, Wurst, das geht jetzt, wird das alles ausgefasst und dann gibt es das nicht mehr, oder so schön, das ist auch ganz gut so. Aber einige Damen und die Uhr, die dieses Stephen Hawking-Stück vom Schreibtisch drin hat, sieht übrigens ganz gut aus von vorne. Aber na gut, die hat wahrscheinlich eine extra Prämie, wegen dieses kleinen Stückchen Holz ist drin. Ja, und jetzt zum Thema Damenuhren. Omega hat gerade vorgestellt, eine neue, eine ganze neue Menge neuer Modelle für die Speedmaster 38mm-Kollektion. Da hatten sie ja schon eine Menge verschiedene 38mm-Varianten und haben jetzt nochmal da richtig reingebuttert und zwar richtig schöne Designs. Also das ist eine Unisex-Kollektion, 38mm können auch Herren tragen, aber es gibt einige Uhren in dieser Kollektion, die definitiv auf den weiblichen Markt zugeschnitten sind. Und jetzt, ich hoffe, ihr kreuzigt mich nicht dafür, aber ich gebe so ein paar Plattitüden von mir, dass man sagt, okay, Damen wollen viel Diamanten, die wollen viele Edelmetalle, Gold und so weiter. Es muss ein bisschen was hermachen. Damen geben nicht viel Wert oder legen nicht viel Wert auf das Uhrwerk, was drin ist oder irgendwelche Uhrmacherkunst oder Komplikationen oder sonst irgendetwas. Also das ist jetzt die These. Das ist jetzt nicht mein Denken, sondern es ist einfach nur die These. Und das stimmt, würde ich sagen, zu einem Teil. Natürlich gibt es die Frauen, genauso wie es da auch Männer gibt, die genauso denken. Denen ist es völlig wurscht, ob in der Rolex ein Quarz-Urwerk drin wäre. Die würden sie trotzdem kaufen. Das ist denen egal. Die wollen den Status. Dass es da auf die automatisch ist oder auf Quarz, egal. Und so ähnlich ist es bei Frauen, gibt es das auch zum Teil. Allerdings gibt es auch immer mehr Frauen, die in dieses Hobby auch reingehen und denen das wirklich, die Wert darauf legen, dass da ein super Uhrwerk drin ist, dass die verschiedene Komplikationen haben, die Frauen schön finden. Was oftmals der Fall ist bei manchen Damen, ist, dass sie nicht unbedingt manuelle Aufzugshuhren mögen, sondern wenn, dann auch gerne Automatikuhren, dass man nicht ständig an der Krone rumdrehen muss. Das verstehe ich ganz gut. Das kann oftmals bei kleineren Uhren oder aber bei längeren Fingernägeln, anderen Sachen nicht so ganz einfach sein. Deswegen sind Automatikuhren meistens besser. Auch einer der Gründe, warum man, denke ich, hier gesagt hat, wir machen das mit der 38mm Speedmaster-Variante und nicht mit der normalen. Denn das sind Automatikuhren, während die normalen Speedmaster ja alle Handaufzugshuhren sind. Hm. Macht also da sehr viel Sinn. Aber wie gesagt, wunderschöne Uhren, tolle diamantbesetzte Uhren. Ich sage das nicht leicht, ich bin in der Regel nicht der größte Fan davon, aber die sehen richtig, richtig schön aus. Also Wahnsinn. Da gibt es eine in diesem Sedna Gold, oder wie das heißt, Moonshine Gold, das ist das Gelbgold, und eins in den Sedna Gold mit den Diamanten drin und auch den Diamanten auf den Subdials, kleine Diamanten. Wow. Die sieht richtig schick aus. Und das Band, das da dran ist, ist halt auch dieses dreigliedrige Band, was so ein kleines bisschen an das Präsidentenbrand erinnert. Also es hat fünf Glieder, aber diese zwei Glieder in der Mitte sind ganz, ganz klein. Ich finde, das sieht sehr, sehr schick aus. Wir sehen ja sehr viele Damen. Rolex hat ja letztens ja auch wieder neue Daytonas auf den Markt gebracht, die ganz klar an die Damenwelt orientiert sind, mit dem Diamanten drauf und diesem Design, den sie hatten. Das ist schon derzeit auch eine, die Detoner ist eine Uhr, die sehr gerne von Damen getragen wird. Und deswegen, ja, macht das Omega ebenso. Und das, denke ich, ist eine gute Idee. Das sind Unisex-Uhren, die können Damen und Herren beidseitig tragen, die Kollektion. Allerdings gibt es da einige Modelle, die eher auf die Damen oder die Herren abgezielt sind. Ja, und wie gesagt, vor allem die Grünen, mit dem grünen Lederband oder der grünen Lunette oder der grünen Dial, die haben eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Ausstrahlung, finde ich persönlich. Die sind richtig schick. Sind die teuer? Ja, oh ja, also die eine Uhr, die ich da besonders nett fand, die Speedmaster 38 mm Setna Gold, On Setna Gold, die kostet, oh, das sind, ich habe jetzt hier den lokalen Preis, 180.000. Das sind in Euros, lasst mich das jetzt mal schnell umrechnen, also es ist eine ganze Menge Euros, 180.000. Das sind natürlich bei uns dann noch nur 5% Mehrwertsteuer, das wären in Europa dann noch ein bisschen mehr, aber das sind nur 45.000 Euro. Ja, okay, viele Diamanten drin, eine Menge Gold, aber trotzdem ein sehr stolzer Preis. Aber sieht schick aus. Also ist eine gute Alternative für eine vollgoldene Teitona mit Diamanten oder eine Daydate mit Diamanten. Da kann man schon mal überlegen. Also gut, es ist eine Omega, also wenn man damit leben kann, schick. Und wahrscheinlich bekommt man die Uhr natürlich, wenn man sie gebraucht kauft, ein bisschen günstiger als diesen Preis. Ja, aber so generell, finde ich jetzt derzeit, haben Damen das absolut größte Los in der Uhrengeschichte gezogen. Denn wenn man heute ein Uhrenfan ist, als in der weiblichen Population, hat man nicht nur die komplette Herren-Uhr-Auswahl, sondern auch die komplette Damen-Uhr-Auswahl. Das heißt, will man etwas mehr Feminin mit Quarz-Uhrwerken und was weiß ich was, kann man haben. AP hat ja auch mal eine neue Royal Oak vorgestellt für die Damen und Quarz-Uhrwerk reingebaut. Boom. Ja, also das gibt es auch noch. Bei Audemar PG kann man auch noch Royal Oaks mit Quarz-Uhrwerk kaufen. So ist das. Wenn man das nicht will, können die Damen, was sie ja jetzt schon machen mit der Daytona und den anderen Uhren, allerdings, muss ich noch dazu sagen, ja, Daytona, Rolex hat eine Menge verschiedene Uhren, die man auch gerne bei Damen sieht, die keine speziellen Damenuhren sind. Bei Omega ein bisschen weniger. Es gibt weniger Damen, die eine Seamaster tragen. Es gibt weniger Damen, die eine Speedmaster tragen. Aquaterra, andere Frage und natürlich die Constellation-Reihe ist mehr auf die Damenwelt zugeschnitten als die Herrenwelt, aber das ist schon ein bisschen anders. Aber ich denke, das liegt zum Teil halt auch darauf, manueller Aufzug und diese ganzen Sachen. Die Speedmaster, die normale, klassische Speedmaster, die Moonwatch, die sieht halt eher nicht so, keine Ahnung, ist nicht so eine, ja, komischerweise nicht so damentauglich wie zum Beispiel die Daytona. Interessant. Da muss ich mir nochmal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, warum das so ist. Naja, auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, dass die Damen haben halt jetzt die Auswahl, wie sie ja schon vorher hatten, Herrenuhren anziehen zu können. In den meisten Fällen wollten Damen ja auch, wenn sie denn Herrenuhren sich ausgesucht haben, einfach nur die gleiche Uhr, vielleicht ein bisschen kleiner, weil Damen generell im Durchschnitt kleinere Handkernlenker haben. Das heißt, dass die da auch etwas kleinere Uhren bevorzugen in der Regel. Ist aber auch nicht der, derzeit sowieso nicht der Fall. Da hat den Damen ja auch größere Uhren tragen gerne, wo bei den Herren ja der Trend wieder zu kleineren Uhren geht, geht ja bei Damen immer noch von der kleinen Damengröße auf die größeren Uhren rüber. Also das heißt, da ist es völlig okay, größere Uhren zu tragen. Das heißt, man hat jetzt die volle Auswahl. Damenuhren, Herrenuhren, alles. The world is your oyster. Liebe Damen, kauft, was ihr wollt. Es ist nur die Größe, die Uhr, die entscheidet, und entscheidet, ob ihr sie gerne tragen wollt oder nicht. Wenn das Design euch gefällt, haut rein. Es ist eine super Zeit derzeit als weiblicher Uhrenfan, denn hier hat man eine irre Auswahl. Man kann sich von wirklich allen Uhren was aussuchen. Und da jetzt die Herrenuhren ja tendenziell auch wieder kleiner werden, im Großen und Ganzen, ist das ja nochmal besser. Das heißt, man muss noch nicht mehr auf eine kleinere Version der Uhr warten. Und das finde ich ganz gut bei Breitling. Die haben ja sehr oft verschiedene Uhren auf dem Markt, die sie dann in wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Größen anbieten. Die Super Ocean, die gibt es in 46, 44, 42, 38, 36, keine Ahnung, die gibt es auch in so vielen verschiedenen Größen. Das finde ich gut. Dann findet jeder irgendetwas. Ob das jetzt ein Herr ist, der eine 36er haben möchte, mit einem kleineren Handgelenk, was völlig okay ist, sieht es an den meisten Handgelenken super aus. Es sei denn, man hat wirklich große Handgelenke. Super Sachen. Also deswegen finde ich das schön, dass sich das jetzt so weit erledigt hat quasi in der Damen und Herren Unterscheidung, dass jetzt die Damen wirklich von der Situation, die wir ja noch vor ein paar Jahren hatten, dass alles, was Damenuhren waren, war immer so, okay, das sind die Uhren mit den vielen Diamanten, mit den Palmutaziffernblättern und so weiter und so weiter, mit den Diamanten drauf und dem Edelmetall und so weiter. Das hat sich jetzt erledigt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Es gibt tolle sportliche Uhren und generell einfach nur etwas kleinere Uhren, die auch an beide Handgelenke passen. Herren wie Damen. Also das heißt, die Damen haben jetzt die beste Auswahl, die sie jemals hatten in der Uhrenwelt. Endlich. Halleluja. Und es sei euch gegönnt. Ihr müsstet lange leiden unter den fürchterlichen Designs, die manche Uhrenhersteller für die Damen entwickelt haben. Also, wir sind da sehr froh drüber. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.